Hi, ich bin Christoph von Laufstadt-Bunard und das ist der Pure Boost X, ein exklusives Damenmodell. Der Schuh ist super flexibel und hat eine herausragende Passform dank des Mittelfußbereichs, der komplett von der Sohle gelöst ist. Die Zwischensohle ist aus Adidas Boost Material hergestellt und bietet super komfortable Dämpfung und Komfort. Der Pure Boost X ist ein super Schuh für kürzere Laufstrecken, aber auch wenn ihr im Studio ein Workout machen wollt oder auf dem Laufbahn trainiert.